aber sagen dass partizan also stark spielt nein das ist ganz ganz schlecht der zwei achtung achtung wir haben mit einem wrestling muss gegen dante ex jetzt eskaliert ist hier komplett konnten ich glaube es gibt einfach nicht genug spieler jetzt aus der kamera sie ist auch noch mal dass der von jul auch wirklich dreckig war weil ich glaube ich auch am kind erwischt ja also haut einfach rein und ja das ist auch frust das passiert mal aber